991, 992, 993, 900, ja bei Arnolds Oberarm, wer stellt mein tägliches Workout? Es gibt's auch nicht. Um Himmels Willen, wer stellt mich bei meinem Workout? Hallo, dürft ihr mit Ihnen über Gott und die Welt sprechen? Was, ihr möchtet euch mit mir über Gott unterhalten? Ihr sollt euch erst einmal über einen Eiweiß-Shake unterhalten, es wird noch nicht schlecht sein, ich muss meinen Workout beenden. 1101, 1102, da sind wir nur frei. Sie wollen mit mir über Gott reden? Also bitte, Burschen, schaut euch einmal an, was ich da an habe, bis zu 2014. Jetzt gehen Sie einmal und ziehen Sie sich gescheit an. Ich habe nämlich keine Zeit, ich muss nämlich meine neue Kollektion fertig machen. Baba. Was, Digga? Nee, Cheese ist überhaupt nicht so mein Ding, Alter, das ist gar nicht mein Swag, Alter. Aber wisst ihr, wie mir das vorkommt? Als wollt ihr Spasten mich antasten, mit mir eine Konversation über Religion führen, wisst ihr, die Funktion von Türen, die kann man zumachen, YOLO. Bevor Sie irgendwas sagen, Sie wollen über Gott sprechen. Ist das richtig? Ja. Ziehen Sie eine Karte? Und jetzt stecken Sie sie zurück in den Stapel. Ist das Ihre Karte? Nein. Aber das ist meine Karte, ich bin Mentalist, Sie können mich gerne für Hochzeiten, Geburtstage und umsatzige Festivitäten buchen. Vielen Dank, bitte sehr. Danke. Ihr wollt mit mir über Gott reden? Ihr beide habt keinerlei Selbstwertgefühl und macht jeden Scheiß, den man noch aufträgt. Ihr werdet perfekt für meine Crew gewesen. Aber jetzt traut euch. Oh, aber ihr werdet den Tag niemals vergessen, an dem ihr Captain Jack Sparrow beide an dem ihr werdet. Noch so'n Freak, ich schmeiß den Job hin. Jungs, macht mal die Low-Level-Trash-Mobs alleine. Warte mal. Wie war's? Über Gott sprechen? Warte, ich bin kurz AFK. Gott sprechen hab ich gar keine Zeit, ich bin gerade in der INI. Aber du siehst so aus, als könntest du heilen. Könntest du heilen? Komm schon, wer braucht noch einen, der heilen kann. Ja und somit herzlich willkommen bei der Endcard unseres Videos, Religionsvertreter Teil 2. Einen Moment, ich hab eine Vision. Ich sehe, dass unser Jack Sparrow hier, Captain Jack Sparrow, soviel Zeit muss sein, irgendwas mit Kommentaren sagen will. Das war ich eigentlich. Oh, Entschuldigung. Man kann uns kommentieren, irgendwelche Pfandsteins einschleifen. Was ihr wollt. Ich seh noch, Herr Dieners. Einen Finger. Er zeigt nach oben. Das könnte doch der, das ist der Daumen. Was ist der Daumen? Ist der Daumen oben? Wird man euch loben? Man hat euch loben. Dann außerdem seh ich noch unsere letzten beiden Videos. Hier drüben. Virtual Reality und zockige Auslegung. Richtig. Und heute ausnahmsweise mal nicht abschalten. Sondern es gibt noch ein paar Outtakes, die auch in den letzten Videos eigentlich schon hinten dran gehangen sind. Aber das hat bestimmt kein Mensch gesehen. So. Dranbleiben. Nicht abschalten, dranbleiben. Super. Also bis zum nächsten Mal. Kamera ist bereit. Kamera ist immer noch bereit. 101. Na, 100. 100. Ja und somit herzlich willkommen zur Entegarte. Das war zu Italienisch. Das war zu Italienisch. Vielleicht mit einem englischen Akzent. Was ist ein englischer Akzent? Keine Ahnung. Ich könnte einen texanischen Akzent. Bevor sie irgendwas sagen. Sie können mit mir Regarde reden.